Wie gesagt, ich habe jetzt am Anfang nur, in Anführungsstrichen, am Einlass gestanden und dann später, vier Wochen später, kam ich dann zur Archivgruppe dazu. Was haben Sie da gemacht? Da war im Wesentlichen meine Aufgabe, hier im Haus 8, also im Archiv, morgens die versiegelten Türen zu öffnen, die Siegel zu öffnen, also zu kontrollieren, sind die noch versiegelt oder nicht. Und abends zum Feierabend, da waren ja noch Stasi-Angestellte da drinnen, und das abends wieder zuzumachen, wieder ein Siegel drauf zu machen. Ob das für die ein Hinderungsgrund war, weil wir das nun versiegelt haben oder nicht, da trotzdem irgendwelche Dinge beiseite zu schaffen, wage ich zu bezweifeln. Wie haben Sie denn das versiegelt? So ein Klebestreifen? Also ich kenne nur so Bilder, wo so ein Klebestreifen… Nein, das war so groß wie ein Kronkorken, so ein Metallring, und da waren Knete drin, und da hat man von der Tür ein Stück Schnur, drüber hat es da reingedrückt, und dann hatte ich ein Siegel, das habe ich heute noch zu Hause, wir bekamen Siegel und auch Dienstausweise vom Ministerium des Inneren. Die Siegel der Staatssicherheit, die waren leider schon alle vergeben, sodass für mich nur noch ein Dienstausweis und ein Siegel des Ministerium des Inneren. So ein Ding hatte ich dann, und das hat man dann darauf gedrückt, auf die Knete, und dann war das wie erhabene Buchstaben, es stand im Ministerium des Inneren, irgendeine Dienstnummer oder sowas. Und wenn man jetzt die Tür aufmachen wollte, musste man diese Schnur da rausziehen, und das sah man natürlich. Gab es da mal einen Zwischenfall, an den Sie sich erinnern? Ich kann mich an keinen erinnern. Nee. Nee, also nicht, wo ich beteiligt gewesen wäre, kann ich mich nicht erinnern. Also, nee, nee, und wenn sie sowas vielleicht gemacht haben oder versucht haben, dann waren die wahrscheinlich geschickt genug, das zu kaschieren, also… Das war… Ich kann mich bloß… Das war schon sehr beeindruckend. Also in diesem Gebäude zu sein, das war… Das war ein irres Gebäude. Das war… Da war ein Gebäude im Gebäude. Da war also außenrum ein Gebäude, das hatte bestimmte Geschosshöhen, und im Inneren war das eigentlich Archiv, das hatte wieder andere Geschosshöhen, und man konnte nur in bestimmten Etagen vom äußeren Gebäude ins Innere rüber, weil nur da das übereinstimmte. Alle Türen mit Zahlenkombinationen, die ich nicht kannte, die kannten nur die Stasi-Archivare, und die Räume da drinnen, also das, was man aus dem Fernsehen kennt, wo diese Hebelschubanlagen, wo man dann… Und wenn dann gezeigt wird, oh, jetzt wird also die Akte rausgeholt, das war da drinnen. Alle Räume klimatisiert und mit Kohlendioxidlöschanlagen, falls da irgendwas zu brennen beginnt und weiß ich was nicht alles… also Zeug… Die haben dann technisch total ausgefeilt und gesagt, ja, das Gebäude ist hier so gebaut, haben uns dann die Stasi-Typen erzählt, man könnte hier jedes Geschoss einen halben Meter hoch mit Blei ausgießen, und das Gebäude würde nicht zusammenbrechen. So massiv und stabil ist das gebaut, damit wir hier unsere Sachen unterbringen können. Höchst beeindruckend. Und ich stand da nur als kleiner 23-jähriger junger Mann und schwer beeindruckt. Und sollte nur diese Typen kontrollieren. Ich dachte nur, naja, kann nur hoffen, dass die irgendwie das machen, was ich will, sonst habe ich hier nicht viel auszurichten.